Bonjour, mon frère, first day in Marseille. Blauziegen, hingefahren. Sieben Stunden Trip, aber es ging mit Volldampf, mit Vollzug. Und Topspeed ging es runter. Und jetzt sind wir hier am Porte du Marseille. Am kleinen Yachthafen hier, Diggi. Check die Scheiße aus bei wunderschönen Sonnenschein, Baby. Gestern wollten sie mir schon Kokain antreten, aber ich habe dankend abgelehnt. Weil ich jetzt meinen Kopf manifestieren will und umprogrammieren will, wieder auf Erfolg. Training, Geld machen, Sport. Keine Frauengeschichten, keine Drohengeschichten, keine Party-Exzesse. Einfach nur Konzentration auf ein positives, glückliches Leben. Und dafür soll Kanautier, Marcel A. auch ein bisschen helfen hier. Dass wir nicht auf die schiefe Bahn kommen, ne? Dass wir hier gar nicht mehr ablenken wollen. Der Teufel kommt verkleidet und es ist gefährlich. Das Leben kann sehr gefährlich werden, es kann sehr süß schmecken, es kann sehr scharf werden, sehr sauer. Ja, da muss man aufpassen auf jeden Fall. Aber Plauzzi ist sicher und heil angekommen in Südzwangreich, an der Côte d'Azur, am Mittelmeer, in Marseille. Und was hier ist auch so passiert, davon werde ich euch berichten. Plauzzi ist ready, Plauzzi Survival Club, es gibt Action, Alter. Checkt's aus bei TV. TV Yachthafen, TV Plauzzi, yeah, woo! Ha! Jochen guck, die Vielen Dank.